Das Hörsystem VidexMoment ist ja seit einigen Monaten auf dem Markt. Was ist denn das Besondere daran? Mit VidexMoment konnten wir eine Eigenschaft eliminieren, die bei jeder offenen Anpassung, bei jedem Hörsystem hörbar ist. Den sogenannten Kammffilter-Effekt. Und somit haben wir jetzt auch die Möglichkeit für leichtgradige Hörminderungen, für Kunden mit einer leichtgradigen Hörminderung, eine Lösung anzubieten, die genau die Klangqualität liefert, die dieser Kunde noch als natürlich im Gehirn abgespeichert hat. Und was war nötig, um diese Lösung mit VidexMoment anbieten zu können? Wir mussten dazu zwei Technologien entwickeln. Das eine ist PureSound, um eben diese Klangqualität speziell für die offene Anpassung liefern zu können. Und das andere ist TrueAcoustics. Und was macht PureSound mit dem Klang? Ja, bei einer offenen Anpassung ist es so, dass der Schall aus der Hörumgebung im Prinzip zweimal am Trommelfell ankommt. Einmal direkt und einmal verstärkt, aber zeitverzögert über das Hörsystem. Und dazu kommt es dann, dass ich vor dem Trommelfell hörbare Artefakte habe, die sich negativ auf die Klangqualität auswirken. Mit PureSound können wir jetzt den Schall in unter 0,5 Millisekunden verarbeiten. Das ist nahezu in Echtzeit und schneller als mit jedem anderen Hörsystem. Damit eliminieren wir diese Zeitverzögerung. Das kommt zu keiner Phasenverschiebung. Und wir haben vor dem Trommelfell eben genau diesen natürlichen Klang, den wir uns wünschen. Klingt spannend. Allerdings, Sie haben gerade auch von einer anderen Technologie gesprochen im Hörsystem VIDEX Moment. Was steckt denn dahinter? Genau, wir haben noch TrueAcoustics. Und mit TrueAcoustics berücksichtigen wir eben die individuelle akustische Ankopplung am Kundenohr für jeden einzelnen Kunden. Und Anpassung bedeutet dann auch individuelle Anpassung? Bieten Sie sowas auch an? Genau. Wir haben, um eben dieses Individuelle umsetzen zu können, im Vorfeld hunderte realer Messungen an Ohren, an echten Ohren durchgeführt. Und die Erkenntnisse aus diesen Messungen, wie fließen die Veränderungen ein, was passiert denn da genau, stecken in unserer Anpasssoftware, stecken in unserem Anpassalgorithmus und kommen dann natürlich jeder einzelnen Momentanpassung zugute. Das hört sich im wahrsten Sinne des Wortes gut an. Und ich höre da so raus, Sie forschen auch wirklich selber am VIDEX Klang. Ja, unbedingt. Vor allem im Bereich PureSound haben wir mehrere Studien durchgeführt. Und diese Erkenntnisse aus den Studien, die kommen auch in den anstehenden Moment-Produkten wieder zum Tragen. Und ich kann nur sagen, es bleibt sehr, sehr spannend. Und das war vor allen Dingen sehr spannend, was Sie uns erzählt haben. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie jetzt noch mehr Infos brauchen über VIDEX Moment und seine Produkte, dann schauen Sie einfach vorbei auf videx-hörgeräte.de.